Der Fernsehwahlkampf 2017 ist zu Ende. Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer leicht verspäteten Zipzwein. Letzte Runde vor der Nationalratswahl. Zum letzten Mal sind heute die Spitzenkandidaten von SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grünen und NEOS hier im ORF-Zentrum aufeinander getroffen. Bei uns die Live-Analyse mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmeier und dem Kommunikationsberater Georg Waffschienig. Diese ruhige und sachliche Debatte kann natürlich mehrere Gründe haben. Einerseits niemand möchte jetzt im Finale, im Finish, meinen Fehler machen. Andererseits, wenn wir es von uns selbst hochrechnen, wir sind alle schon ein bisschen wahlkampfmüde. Wie müde müssen dann erst diese Kandidaten sein? Haben Sie den Eindruck, dass dieser lange und auch sehr fernsehintensive Wahlkampf heute den Kandidatinnen, der Kandidatin und den Kandidaten anzumerken war? Irgendwann muss es so sein. Also das heißt zwar Elefantenrunde, aber letztlich sind das ja auch Menschen. Und man muss es sich schon mal anschauen, das waren über 50 Fernsehkonfrontationen alleine, die die da hingelegt haben. Dazu kann man noch alle möglichen anderen Diskussionssettings, große Reden. Also wenn wir als Normalsterbliche sowas machen würden, dann wären wir schon erschöpft. Und das ist schon wirklich gewaltig, was dann Energie aufgeht. Ich hatte schon den Eindruck, dass man das heute ein bisschen gespürt hat. Also man hat dann manchmal gesehen, wenn jemand dran war, man hat dann die Reaktionen gesehen, dass da eigentlich nicht mehr viel passiert ist, dass da in der Mimik nicht viel passiert ist. Und manchmal hatte ich den Eindruck einfach, es war schlicht und einfach die Luft raus, ein bisschen Müdigkeit da. Teilweise mag das auch taktisch gewesen sein, aber ich glaube menschlich betrachtet verständlich, dass man irgendwann mal jetzt sagt, jetzt ist mal gut. Punkt 21 Uhr haben Sie zu mir gesagt, meine Stricherliste bei Unterbrechungen ist auf Null. Jetzt muss man sagen, wir haben da schon einiges anderes erlebt in diesem Wahlkampf, in diesen Diskussionen stilistisch. Also doch ein ganz neuer Weg, bewusst oder unbewusst? Ich glaube schon, dass das auch bewusst ein neuer Weg war und ganz ehrlich, ich freue mich sehr darüber. Das scheint das Ende der Kampfrhetorik und der schwarzen Rhetorik zu sein. Ganz kurz danach, 21 Uhr 3, gab es dann die erste vorsichtige kleine Unterbrechung. In Summe waren es einige wenige. Und das war ein Stil, den wir oft gekannt haben, wo während man spricht, gestört wurde, vom Wasser einschenken, über irgendwas herumwühlen, über jemanden verbal zu unterbrechen. Das sind halt diese typischen sogenannten kampfrhetorischen Tricks. Und ich bin sehr froh, dass das offensichtlich vorbei ist. Und ich muss da auch noch was lobend dazu sagen. Der Level insgesamt der Rhetorik in diesem Wahlkampf war aus meiner Sicht sehr, sehr hoch. Da sind ausnahmslos Kandidatinnen und Kandidaten angetreten, die sehr, sehr gut unterwegs waren. Und wir brauchen uns da im europäischen Vergleich überhaupt nicht zu verstecken. Ich finde, das war eine hohe Qualität, das war rhetorisch sehr in Ordnung. Und dass es heute auch mal ohne großes Gemetzel abgegangen ist, war ja auch ein gutes Zeichen. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, Wählerinnen und Wähler wollen nicht immer nur Inhalte sehen. Die wollen auch wirklich diese Emotionen sehen. Alles andere wird dann schnell einmal als Pfad kategorisiert. Warum will man diese Emotionen in so einem Wahlkampf und in so einer Debatte sehen? Sie sind doch meist negativ. Tatsächlich ist es schwierig, hier die Balance zu halten. Wir freuen uns, wenn wir Fakten sehen. Und gleichzeitig leiden wir ein wenig, weil nur Fakten halt meist relativ langweilig sind. Wir brauchen in unserer Kommunikation natürlich auch Emotionen, um auch verstehen zu können. Wir Menschen haben ein Problem. Es fehlt uns ein Sinn, den wir nicht haben. Das hat die Evolution noch nicht geschafft, nämlich Wahrheitssinn. Wir können Wahrheit nicht an sich erkennen. Und wir können für uns nur Wahrheit und etwas, woran wir glauben, als verschiedenen Komponenten zusammensetzen. Und da gehört natürlich gerade in der Politik in einem immer höheren Ausmaß der Mensch dazu, den ich erlebe. Die Emotion, die ich da erlebe, und daraus kann ich mir irgendwo ein Bild machen. Deswegen kommen wir ohne Emotion nicht aus. Und wenn ich einen Wunsch habe für die nächsten Wahlkämpfe, die irgendwann kommen werden, wenn man sich das beibehalten kann, diese Sachlichkeit, wenn jetzt aber vielleicht noch ein bisschen Charme oder sogar manchmal Humor dazukäme, dann hätten wir auch Emotion, eine andere Form von Emotion, was Menschliches drinnen, ohne gleich untergriffig werden zu müssen. Und wenn das gelingt, dann wäre ich richtig glücklich. Und wenn es ja so, wie er dafür mit euch getrunken kann, dann wäre es schon Viktoruratevplex. Vielen Dank.